Hey, hier bin ich. Hey, ich hab das von Tentuary gehört. Geht's dir gut? Ich bin der Land, das ist ein Mensch, der muss. Roland hat schon alles geerkert. Meine Daten sind alle auf einem Chip im Bloodwings Halsband. Auch dein Clubtrap Upgrade. Aber ein paar Hyperion-Schweine haben sie ins Reservat entführt. Ich bin froh, dass du da bist. Ich such seit einer halben Stunde alles ab, aber das scheint dein Job für mindestens zwei Leute zu sein. Wenn du durch die Werft reinkommst, kann ich dich zur Bloodwing führen. Hol mein Vogel zurück, dann kriegst du dein Clubtrap Upgrade. Jack bringt dich zum Lachen. Er hat Bloodwing gekippt, damit ich mir die Hosen pisse und damit ruhe, dass wenn meinem Vogel irgendwas zustößt, dass ich bla 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 bla... Aber Black und Dich haben viel zusammen durchgemacht. Und ich weiß, dass sie auf sich aufpassen können. Ich werde dir helfen, wie im Tundra-Express. 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 Wie im Tundra-Express Hey, nicht gehen. Du musst so viele Bots wie möglich beschädigen, damit die Surveyors kommen. Nicht zerstören. Sie müssen Herr Balltrupp uns anfordern. Bleib wohl. Oh, Moment mal. Die Tür hat sich gerade geöffnet. Seltsam. Warum sollte Jack uns in das Reservoir lassen? Geh rein, aber cuidado amigo. Mach es! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Was? Die Anlage muss im Schimmerblock auf der anderen Seite der Anlage sein. Wenn du sie findest, findest du auch dein Cap-Trap-Upgrade. Okay, komm! Sie müssen dann auch besser, wenn ich besser auf den Weg bin. Hör! 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 Was ist das? Es wird noch besser, wenn ich besoffen bin. Es wird noch besser, wenn ich. Jack sagt, er hat was erbaut, um Wissenschaft, Forschung und Forschung zu unterstützen. Aber das ist Bullshit. Er ist leicht, ein Experimentierer, damit ja jeder die Erklärung umzusetzen kann. Wir müssen anbringen, wir müssen es schaffen. Oh hey, du bist im Reservat. Ich hatte eigentlich so einen Plan, dich hierher zu locken und dann zu killen. Aber du, du kommst einfach von selbst. Danke, dass du mir die Mühe ersparst, Kiddo. Keine Bewege. Slugmutation ist eine hochexklusive, brutale Wissenschaft, unvereinbar mit menschlicher Ethik. Es versteht sich, dass ich brillend daran interessiert bin. Beschaff mir ein paar Proben des Lags-Serums, das ein Jungen an guten Tieren ausprobiert. Ruhe! Ah! Und ich bleibe es in die Ewigkeit! Jaaaage! Oh nooo! Ich bin ein Jungen. Daher�de! Ruh! Das war's für heute. Das ist ein Cooter. 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 Das ist ein Cooter.